Zack und der nächste kleine Sumo Kwidat. Schön hier am Nordmeer auf die kleinen Fischis, auf die Sardinen, auf die kleinen Makrelen und was wir hier noch alles haben. Makrelen, Hechte auch dabei, kleine Köder. Hauptsache wir kriegen die letzten paar Prozente. Also direkt wieder raus damit. Mir fehlt nicht mehr viel auf die 100%, also für die 100% im Meeresangeln. Deswegen ziehe ich hier einfach nochmal ein bisschen in der Happy Hour durch auf Speed. Und gleichzeitig versuche ich noch ein bisschen auf die kleinen Sardinen zu gehen. Das ist eigentlich mein Ziel gerade. Im Idealfall schön die Trophy Sardine. Bisher waren ein paar dabei. Ich teste gerade noch so ein bisschen verschiedene Farben. Gucken wir mal eben hier, da sind ein paar Sardinen und die sind eben alle anfangs direkt auf den Real Shrimp 02 gegangen. Und dann habe ich das Ganze mal direkt umgebaut. Also komplett auf den Real Shrimp. Und damit wird es hier mal so ein bisschen rumgejickt. So, ein bisschen pilken. Und gucken, dass wir hier schön einen nach dem anderen rauskriegen. Letzten Endes ist es mir wurscht, was reingeht. Denn jeder Fisch hat ja die Chance, dass man dann doch wieder Prozente bekommt. Und auch gerade zwischendrin der Köhler, wo man sich dann denkt, so ein oller Köhler, zwei Kilo, was willst du damit? War gar nicht schlecht. Der hat direkt wieder Prozente gebracht. Weil nach so vielen immer wieder den gleichen Fischen war der Köhler auf einmal der, der dann gesagt hat, joa, hier kriegst du ein paar Prozente. Ja, Setup sieht gerade so aus. Komplett hier auf dem Real Shrimp. Und hier teste ich jetzt gerade noch mal ein bisschen. Hier bin ich mir gerade noch nicht so ganz sicher, welchen Pilker ich verwende. Ob ich da nicht vielleicht einfach noch mal eine ganz andere Farbe nehme. Ich habe schon zwei verschiedene Farben durch. Und joa, hier jetzt gleich einfach noch mal ein bisschen ausprobieren, welcher Pilker denn vielleicht noch ein bisschen was anderes liefert. Ich bin hier auf dem 34er, habe hier eigentlich direkt neben der 4 gestartet. So ein bisschen oberhalb. Und bin jetzt hierhin so langsam weggetrieben. Ich hoffe, ich treibe gleich wieder ein bisschen mehr zurück. Wir haben ja mittlerweile nach 12 Uhr. Und joa, von den Gezeiten her könnten wir langsam wieder in die andere Richtung treiben. Und ja, jetzt heißt es hier natürlich testen. 15 Meter Tiefe das Ganze, relativ simpel. Gar nicht so groß und kompliziert. Und dann gib ihm. Im Discord waren mehrere Beiträge von dieser Stelle. Und verschiedenste Beiträge eben auch und immer mal wieder auch zu diesem Köder mit diesem Fisch. Also Sardine, die hätte ich gerne als Trophy. Und ja, im Idealfall eben dann auch noch hier die letzten paar Prozente damit. Das wäre doch auch super. Prozentmäßig bin ich jetzt hier bei 96,5. Es braucht noch ein bisschen. Also so wenig, wie ich hier mittlerweile am Nordmeer bin. Das wird mit Sicherheit noch ein paar Wochen brauchen. Ja, ich schätze fast mal bis Jahresende. Je nachdem, was da alles noch reingeht hier ins... Oder wie lange ich vor allem auch noch hier drinnen rumteste. Ich mache ja immer mal wieder so ein paar Tage Nordmeer. Und dann bin ich aber auch wieder zurück im Süßwasserbereich. Gar nicht allzu viel hier. Aber die letzten Tage, muss ich sagen, war es gar nicht so schlecht. Und hat auch Bock gemacht. Und vor allem kam natürlich wieder gut Silber rein. Lohnt sich natürlich fürs Silber machen immer wieder. So, jetzt wollte ich hier gerade gar nichts drauf. Ich versuche mal jetzt in der Nacht etwas, was vielleicht so ein bisschen fluoreszierend ist. Kriegen wir da irgendwas hin? Gibt es hier was? Der, aber der hat 150 Gramm. Das ist zu viel, ne? Oder kriegen wir das zusammen? Gelb. Ne, das machen wir nicht. Das ist schon ein bisschen zu schwer. Oder kriegen wir das reduziert? Ne. 150 Gramm ist dann schon ein bisschen viel. Hier, Fluro. Das ist aber 200 Gramm. Der wiegt ja noch mehr. Und dann muss ich da mal gucken. Vielleicht demnächst mal doch noch mal ein bisschen shoppen gehen. 150er, 150er, 150er. Ne. Die sind alle zu schwer. Die will ich nicht. Dann bleibe ich hier bei der Serie. Und ich gehe mal auf den Achter. Der ist so weißlich. Gucken wir mal, ob der was kann. Zusatzhaken. Ich mache mal ein bisschen was Größeres. Ja, 4-0er müsste doch eigentlich passen, ne? Lockmittel kriegen wir auch noch dran. Oder ich mache mal, ich hatte vorhin schon mal die Rassel. Ich mache hier einfach noch mal so eine Perle dran. So. Und dann wieder raus damit. Wir sind komplett pink unterwegs. Also mit den Beifängern, mit allem drum und dran. Komplett auf pink. Hier mit den Shrimp. Real Shrimp, Real Shrimp. Hier habe ich mal ein bisschen zusätzliche Farben noch dran gemacht. Aber ansonsten eben komplett auf pink. Und damit eben jetzt versuchen, hier so ein bisschen durchzupilken und zu testen. Zack. Und da geht schon der nächste dran. Aber auch wieder ein bisschen größer. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden. Vor allem für die Zeit jetzt hier. Die Frequenz ist auch schon wieder ganz gut. Jawohl. Das ist eigentlich die letzte Session für die Overlord. Gerade den kleinen Bond 125. Zack. Auch schon wieder direkt ein Biss. Gleich mal gucken. Sehr schön. Makrelenhecht. Also das sieht auch gut aus. Das liefert auf jeden Fall direkt. Direkt mal schauen, auf was die hier gebissen haben. Aber auch auf dem Shrimp. Und auch auf dem Shrimp. Aber offenbar wirkt dann der kleine Pilker unten dran. Ob der zusätzlich lockt oder ob der irgendwie einen Kontrast bildet. Schwer zu sagen. Aber das war doch schon mal wieder ein ganz gutes Zeichen. Ja, in Gänze bin ich schon ganz zufrieden. Hier von der gesamten Zeit jetzt 22 Minuten hier. 35 Fisch ist schon drin. Ich werde es hier natürlich durchziehen. Das Bootsticket komplett durchziehen. Und im Idealfall den ganzen Kescher voll machen. Einfach komplett gefüllt hier mit den ganzen kleinen Fischis. Vielleicht geht ja auch noch die Sardine als Trophy rein. Das wäre natürlich mega gut. Irgendwann muss er doch mal abgehakt werden. So, und da ist er. Ja, der 100. Fisch durchgeballert jetzt. 100 Fischis im Kescher in 57 Minuten. Da schafft man doch bestimmt noch ein bisschen mehr, oder? Ich sage mal so 110, 120 sind doch locker drin in der Stunde. Vielleicht sogar noch mehr. Je nachdem, wie gut es gerade reinballert. Ich habe ja noch ein bisschen gesucht und ein bisschen, hoppala, und der nächste. Und ein bisschen ausprobiert. Verschiedene Köder und so weiter. Ja, also im Großen und Ganzen bin ich schon sehr zufrieden. Ich werde es gleich zurückbreddern. Und dann gucken wir natürlich auch noch mal in den Kescher rein. So, und ich bin zurück in der Base. So ein paar habe ich noch mitgenommen. 13 Fische extra. Die haben auch noch gut reingepasst. Wir gucken natürlich direkt mal im Café und sehen hier, jawohl, eben nach Gewicht sortieren. Also, vier Stück. Die vier, die werden wir los für 170 Silber. Das ist natürlich sehr angenehm. 170 von den restlichen haben wir leider kein. Wobei hier der Schellfisch bald ausläuft. Vielleicht kommt ja noch Köhler rein oder sowas. 170 plus, was haben wir jetzt hier im Fischmarkt nach Preisen sortieren? Ja, einige Makrelen waren dabei. Wenn man jetzt hier an der gleichen Stelle auf Makrele gehen will, weil man vielleicht sagt, ach komm, die olle Sardine, die habe ich schon. Vielleicht einen 4-Nuller-Haken und die 12 Gramm Shrimps deutlich größer gehen. Die sind jetzt hier auch ganz gut reingegangen, die Makrelen. Ihr seht ja hier bis zu fast zwei Kilo. Also es waren ein paar ganz gute dabei. Aber mit dem 6,5er, mit dem kleinen Shrimp, hat man gezielt auch eher nur die kleineren. Zwar ein bisschen mehr Frequenz, aber kleine. Wenn wir jetzt hier die Makrelen in groß haben wollen, dann auch ruhig die großen Shrimps. Dann geht die Frequenz zwar ein bisschen runter, aber es ballern dann auch durchaus mal die Trophys rein. Also in Gänze sind wir jetzt hier in einer Stunde. Jetzt halt dich mal fest, Alter. Eine Stunde auf Kleinscheiß. Fangzeit. Ich gehe nochmal runter. Fangzeit. Jetzt sind es hier halt, oh ja gut, 5 Minuten. Also eine Stunde an dem Spot mit Kaffeeauftrag. 900.000. 860. Noch mehr sogar. Über 1000 Silber in einer Stunde mit Vollgas. High Frequent. Natürlich hier 75% plus Angeln mit Beifängern. Ganz klar. Wenn du die Beifänger noch nicht hast, ich verlinke nochmal ein Video. Unter 75% Angeln am Nordmeer. Das auf jeden Fall auch nochmal da reingucken. Ja, aber im Großen und Ganzen kann man das doch gut machen. Zack. Schnell verdiente 1000 Silber. High Speed. Und auch noch Prozente gekriegt hier im Meeresangeln. Also alles gut. Petri Elümmels. Wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags. Immer um 19 Uhr. Petri. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020